Euer Tauchlehrer wird euch die Gasgemische analysieren lassen, um dann den Nitrox-Tauchgang des Kurses Advanced Open Water Diver zu planen und durchzuführen. Er wird euch auch die Daten eures Tauchcomputers für Nitrox mit denen eines Computers für Luft vergleichen lassen, den er mitbringt. Ihr werdet über die zeitlichen Vorteile von Nitrox erstaunt sein. Viel Spaß beim Tauchen!